Herzlich Willkommen bei BMTV Urban. Mein Name ist Finn und ihr bekommt jetzt von mir den Urban Recap der letzten Woche Deutschrap, das denn die Sachen, die mich persönlich interessiert haben. Wenn euch was fehlt, geht auf www.burdenmusic.tv. Dort gibt es noch ein paar mehr Infos. Bleibt auf jeden Fall dran, denn wir verlosen noch ein paar Tickets für das Boska-Konzert in Berlin. Aber dazu später mehr. Los geht's. Ja, Flair hat jetzt schon wieder seinen Album-Release verändert. Er hat jetzt ein paar Mal seinen Titel geändert vom Album und das heißt mittlerweile jetzt Epic. Er wollte auch eigentlich am 26. Mai das Ding releasen. Jetzt hat er das aber vorgelegt auf den 19. Mai. So, das Ding ist, Materia postet überall im Internet gerade Bilder mit dem Hashtag Anti-Materia. Heißt, das hat so eine Art Promophasen-Flavor bei sich. Und was sich so ein bisschen daraus schließen lässt, ist jetzt vielleicht, dass dadurch, dass Flair jetzt sein Album vorverlegt und Materia in seiner Promophase ist, dass vielleicht die beiden Releases von den beiden Alben auf denselben Tag gefallen wären und Flair jetzt einfach ein bisschen vorzieht, um halt noch ein bisschen besser in den Chart zu landen. Man weiß es nicht. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Was sagt ihr? Packt es in die Kommentare. Ja, das Kollege an Farid Bang, Lars die ganze Zeit dissen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Sie waren auf seinem Konzert, haben ihn da verarscht, haben ihn auf diversen Videos verarscht und so. Das kennen wir auf jeden Fall alles. Letztens wurde Farid bei Facebook gefragt, ob Lars auf JBG3 jetzt gedisst wird und hat darauf mit selbstverständlich geantwortet. Kollegah hat darunter kommentiert eine Line. Und zwar JBG befördert Rapper ins Behindertenheim. Ja, das liegt in der Luft wie Lars bei Windstärke 2. So und daraufhin hat Farid halt so ein Bild gepostet, wo er halt den Daumen hoch macht. Und Farid hat auch Lars auf diesem Track Commons Café gedisst, auf Majos Album auf dem letzten. Und das Ganze ist jetzt alles ein bisschen schwierig geworden, weil Lars jetzt mies supportet wird von Bushido und Shindy. Ich meine, Lars hat ja bei Dreams mitgearbeitet und hat da ja Shindy ein bisschen geholfen. Und Bushido hat auch in einem seiner Ansagevideos halt gesagt, dass Lars jetzt halt unter seinen Fittichen steht oder dass halt er jetzt nicht mehr als Punching Bag oder so oder Punching Ball benutzt werden kann. Heißt, die sprechen sich ziemlich für ihn aus. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum Lars jetzt das erste Mal wirklich was zurückgeschossen hat in Richtung Kollegah. Er hat nämlich ein Bild gepostet, er hat ein Screenshot aus diesem Nero-Video von Kollegah gepostet. Und da liegt er so mit so drei Frauen auf so einer Römer-Couch. Und auf jeden Fall hat er geschrieben, Kollegah rockt die Toga und Römer-Sandalen, die Pussy bläst Hörner und ich meine keine Königs-Fanfaden. Bushido und Shindy haben jeweils beide diesen Post dann von Lars retweetet, also geshared und sprechen dann halt auch ihren Support Lars gegenüber aus. So, das Ding ist, Lars hat sich eigentlich nie wirklich gegen Kollegah geäußert oder gegen Farid oder sowas. Jetzt auf einmal schon. Er wird in den Kommentaren auch gefragt, ob er jetzt auch noch Farid gedisst wird. Und dann sagt Lars selber, nee, wird der nicht. Ich weiß nicht, warum er Farid nicht disst. Ich kann es nicht wissen. Das Ding ist irgendwie, würde schon theoretisch Sinn machen, dass er gedisst wird. Weil ich meine, Farid sagt ganz klar, dass er auf jeden Fall Lars dissen wird. Tja, also wir werden sehen, was da noch abgeht. Vielleicht kommt das noch, vielleicht kommt das nicht. Flair wurde auch auf Twitter gefragt, was er von diesem ganzen Ding hält. Und da hat Flair gesagt, dass er denkt, dass es eher in so eine Richtung Beef zwischen Kollegah und Erd-Gute-Jungen gibt. Also, dass Farid da nicht mehr so viel mit integriert ist. Und er hat auch gesagt, also er wurde gefragt, ob du da mitmischt so. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht mische ich da mit. Mal gucken, ich bin da ja schon etwas länger dabei. Also, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ja, Kollegah selber ist momentan ein bisschen in Battle-Laune. Der hat ja jetzt sich auch endlich mal gegen Spongeboss gestellt. Beziehungsweise, er hat mal darauf geantwortet, was Spongeboss ihm halt dauernd vorwirft. Und er hat auf diesem Track Legacy, der relativ lang geht, ich glaube, es sind wieder irgendwie 15 oder 18 Minuten oder sowas. Also, schon wieder ein bisschen länger. Halt San Diego, beziehungsweise Spongeboss halt gedisst. Spongeboss oder San Diego hat darauf dann geantwortet, indem er auf Facebook einfach ein Video gepostet hat von einem verkackten Live-Auftritt von Kollegah. Ja, ob das jetzt wirklich eine große... Also, ob das jetzt wirklich Wettmacht jetzt, den Diss-Track einfach nur mit einem kleinen Video gepostet. Ich meine, gut, Kollegah hat in den Tracks von sich selber circa 500 Mal gesagt, dass er den ersten Gig verkackt hat und dass er jetzt besser geworden ist. Deswegen, dieses Video finde ich so ein bisschen... Er ist einfach rausgelutscht so. Weiß auch nicht. Dass Bones und Rav Kamura komplett rasieren, ist jetzt mittlerweile irgendwie, ja, gar keine Frage mehr. Die sind jetzt nämlich auch noch Platin gegangen. Also, sie haben jetzt mit Ohne Mein Team und mit Palmas Plastic mit den beiden Singles den Platin-Shadows erreicht. Das heißt, sie haben fünfmal Gold und zweimal Platin in den letzten sechs Monaten gekriegt. Und ich glaube, das macht denen so schnell keiner nach so. Bei denen läuft einfach, man muss da, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Letzte Woche wurden ein paar Snippets released, unter anderem von Kodo und von Maxwell. Maxwell ist aber nur der Part 1 rausgekommen. Da folgt wahrscheinlich noch ein Part 2, vielleicht noch ein Part 3. Sagt mal, was ihr von den beiden allem haltet. Prakt es mal die Kommis, ich interessiere mich dafür. Ja, der Newcomer Luciano hat jetzt endlich seinen Album an gekündigt. Das wird nämlich Banditorino heißen und am 31.03. auf den Markt kommen. Er hat dazu auch auf Facebook und Twitter eine Touransage gemacht und hat nämlich gesagt, wir gehen jetzt auf Banditorino-Tour. Das sind er und Niki Santoro zusammen. Und die werden am 7. Mai, werden ja auch in Berlin sein, im Minus sehe ich hier gerade. Und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Vielleicht sehen wir uns ja da. So, bevor wir jetzt zur Verlosung kommen, will ich nochmal ein großes Shoutout an die paar Leute sagen, die mir auf Twitter und auf WhatsApp und auf Facebook und auf YouTube Sachen schreiben, die ich in Recap benutzen kann. Sehr fresh von euch hier. Ich packe das mal hier überall hin. Sehr nice. Liebe geht raus an euch. Kommen wir jetzt aber zur Verlosung, denn wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert von Boska in Berlin. Der spielt auf seiner Coba 3 Tour am 22.04. in Maschinenhaus. Und ihr kennt das Spiel. Ihr geht hier unten in die Beschreibung. Da ist ein Link. Ihr müsst eine Mail schreiben. Dann kommt ihr in die Verlosung. Und wir werden die Gewinner sieben Tage vor Konzert auslosen und da benachrichtigen. Das war's von mir. Bis nächste Woche. Adios. Bis nächste Woche.